hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wir sind ja hier immer noch am schlüssel vielleicht kanaden werden vielleicht auch noch nicht schlecht oder vielleicht wenn ich die mir irgendwie auf die zwei packen wir haben da gerade nicht so viel munition komm ich pack das mal es kommt erst mal kollega von da wir machen wir erstmal so die kugel haben ja immer recht viel schaden gemacht vielleicht wenn ich hier gerade mal ein bisschen drauf halte guck mal dann ist der jetzt schon mal mutiert oh gott ja 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 bewegt dich junge ja auf den weg auf den weg platz da musst du durch nein kann hatte kugel weiter lebt immer noch jetzt nicht mehr okay sind beide tot ich bin da gerade nicht so sicher sind das auch für gegnertypen bitte einmal die shotgun wieder auf die zwei dankeschön ich laufe hier noch ein bisschen rum ich laufe noch mal kurz zurück der eine da noch ist okay der ist tot diese eine bombe werde ich jetzt mal nicht entschärfen ausnahmsweise weil ich glaube das macht uns letztendlich nur mehr schaden als dass wir davon nutzen haben weil wenn ich es verkacke das ist und ich verkacke das immer ganz gerne da gibt es da wirklich mitnehmen hier nicht okay sehr schade ist hier noch munition neben die noch warte mal bevor die gleich aufstehen ne bevor die gleich aufstehen wenn ich da irgendwie versuche das tor hoch zu machen okay ist erst mal keiner mehr perfekt ja dann schocker munition ja dankeschön immer her damit nicht zu wissen dass was ist das oben okay danke ich glaube bestimmt jetzt wieder runter oder oh gott wo bin ich hier hier ist eine spritze oder was ist das ein bisschen glibber und ein wunderbarer posten posten vor allem ist das jetzt dauerhaft oben ich kann da nicht durchgehen oh gott ähm kann ich da vielleicht zuerst ne ich will ja erst einmal speichern das wäre ganz nett warte mal kann ich mir mal kurz hier die flasche ausleihen und gehe hier nochmal durch und jetzt die flasche da rein ja das klingt nichts okay ich kann das ding nicht kaputt machen während ich am fleichen bin das ist klar wo hatte ich nur diese eine chance gut schlüssel ich will ich gar nicht mehr ich habe mich gerade entschieden dass ich dich doch nicht mehr möchte oh gott okay lange gänge laden immer ein irgendwann vor irgendwas wegzulaufen was zum henker war das und wo bin ich jetzt plötzlich ähm nein 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 ich will das nicht oh gott ist das gut oder schlecht bin mir gerade nicht so sicher ja ich will Musik alles was ich habe alles was ich bin wurde mir genommen seit diesem unfall durch jene verursacht die mich vernichten wollen mhm dort in der dunkelheit wo nur die trugbilder meines geistes mir truf schenkten mich verspotteten dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren doch dann sah ich sie tief in mir wusste ich dass sie nur eine erscheinung war doch ich sollte mein gesicht und was ich verloren hatte wieder bekommen ich sollte sie meine geliebte schwester laura wieder bekommen ach seine schwester war das okay 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 und wie es mir dachte hat er versucht sie wieder zum leben zu erwecken durch irgendwelche schmutzigen experimente also ein bisschen schief gelaufen glaube ich oder ähm wieso komme ich hier nicht zurück hier ist doch der raum warum komme ich hier nicht zurück oh ich muss erst das tagebuch lesen tagebuch von sebastian castellanos 27. februar 2012 ich habe schon freunde und kollegen sterben sehen das gehört zu dem beruf den ich gewählt habe und es war nie leicht aber das war es nicht verglichen mit dem verlust des eigenen kindes ich würde eine millionen mal mein leben geben um es zu verhindern aber ich kann es nicht ich fühlte mich so hilflos als sie den kleinen sarg in die erde hinab ließen der schmerz ist unerträglich ich weiß dass es falsch ist aber nur der alkohol hat mich in den letzten wochen schlafen lassen ich mache mir sorgen um myra ich konnte wieder nicht scrollen scrollen jetzt komme ich durch okay ich werde auch jetzt hundertprozentig erstmal durchgehen erstmal speichern hier den ganzen fortschritt oh nö jetzt steht die da schon wieder die olle boah ich mag dich nicht ich will einfach nur speichern mehr will ich gar nicht die ist echt nicht echt unmöglich die tante gut lebensanzeige könnten wir verbessern das wäre natürlich cool aber ein bisschen mehr schaden und so wäre glaube ich gar nicht so schlecht oder guck mal den haben wir noch nicht einmal aufgebessert das machen wir einmal die feuerrate vielleicht ein bisschen erhöhen ein bisschen mehr crit damage crit damage ist immer gut nachlade magazinkapazität ja spannengeschwindigkeit reichweite nachladegeschwindigkeit das ist ein bisschen langsam können wir mal ein bisschen schnell verbessern abgeschlossen juhu toll das gefällt mir sehr gut oh das kann ich noch kaufen kaufen wir jetzt habe ich nur 500 glibber das ist für nichts mehr gut also war doch schon relativ weit ne komm ich hier durch jetzt komm ich wieder durch vor ein paar folgen kam ich dann nicht durch hab ich noch einen schlüssel scheinbar und bekomme glibber toll sieben tau ok ja dankeschön das ist nicht wenig dann gehe ich doch direkt wieder einmal auf den stuhl ne bevor wir das jetzt nicht direkt reinvestieren äh siebentausend sagste könnte ich die waffe für die feuerrate vielleicht ein bisschen erhöhen von der pistol genauigkeit wäre vielleicht ganz cool weil manchmal verschieße ich mich doch da noch und feuerrate ein bisschen schneller dankeschön die siebentausend punkte auch schon wieder weg so schnell kann es gehen nein ich speichere noch oh das wissen wir doch schon ich wollte eigentlich speichern hä warum habe ich Angst vorm speichern ich weiß es nicht missing vermisst Patrick Higgins Anwalt der Familie Victorino Victoranio wurde zuletzt bei dem Treffen mit seinen mutmeißenden Klienten gesehen Patrick Higgins ah ok ich glaub war das der Fläche in der Zelle da hinten kann das sein aber das Licht ist immer so hell aber das Licht ist immer so hell boah ich will hier grad echt nicht hin vor allem nicht nach diesem komischen Riesen kann ich das da irgendwie abschließen da drin vielleicht kann ich das ja ich probiere es jetzt einfach mal schöner Po auf jeden Fall geht immer woanders hin ja ich glaub die ist unsterblich oder boah Alter boah ist das widerlich ok wir haben grad nur bisschen Munition verbraucht schön ähm ich kann ja aber auch nicht auf den Knopf drücken was soll ich hier machen? ah hier nach unten gehen ja klar logisch ah ich mag das nicht wenn die da so rumkrabbelt ist das verständlich danke für die Kugeln das pickt mir grad recht wenig ich glaub ich glaub ich lad nochmal neu oder? ich lad nochmal kurz weil dann haben wir nämlich die Munition wieder jetzt wissen wir dass wir die nicht umbringen können weil das wär ja doof so hi da bin ich wieder und tschüss da geh ich wieder und tschüss so das kennen wir ja schon hier kommt auch die Tür auf hier die auch tach liebes kleine spinnviech schön wie du hier rumkrabbelst ist hier noch irgendwas ne ne aber das wird mich auch noch hundertprozentig gleich eingreifen oder? kann auch sein dass man die nicht töten kann weil das letzte mal muss ich die auch irgendwie in so eine komische Fleischpresse ohja Fleischpresse packen bevor da irgendwas passiert ist ok Hebel rum was 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 waaah das ist doch echt unschön boah ja vielleicht ein bisschen schneller wenn ich das mal so beurteilen darf hallo ähm achso tschuldigung ja ja falsch verbrennen hier guck mal wie die schön brennen lauf doch mal durch hallo Kumpel ja schöne Tür und ich dachte ich reparier da jetzt einfach easy den Fahrstuhl und das war's aber nein Spinne kann plötzlich durch Metallgitter gehen klar he he hier liegt wieder recht viel Munition ne gefällt mir aber gefällt mir auch gleichzeitig nicht weil das heißt wir werden sie auf jeden Fall noch gebrauchen hallo hallo da kommt ein Fahrstuhl ah ok dann ja ich durch das Feuer gehe ich auch ganz sicher nicht ne ja geht das auch wieder aus ich muss hier durch das Feuer geht nicht aus Kontrollpunkt soll ich jetzt rück gehen oder was hä jetzt ist das Feuer aus what the keep out ja würde ich gerne da muss ich da drauf schießen ok das geht das Feuer da oben lang alles klar huah 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 lalalalalalala nein der Hebel geht nicht mehr runter ok äh den Hebel kann ich auch nicht mehr bewegen das ist natürlich unpraktisch ich glaub die ist ich glaub die ist unbesiegbar bin ich ganz sicher aber muss ich hier lang scheiß doch drauf wenn das Ding in die Luft liegt komm mach Hebel mach zu jetzt hier ja warum geht das Feuer denn nicht aus ähm ja warum geht das Feuer denn nicht aus mag sie hier vielleicht durchlaufen ich glaub ich muss die da rösten wenn die da grad drunter ist ne ja jetzt kann ich sie nicht mehr rösten ja ok ciao kletter 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 das ist ne spinne alter als ob du davon klettern kannst was denkst du dir denn ja genau ok ich warte jetzt huah das war das war das war trug huah nein geh doch mal geh doch mal hier rum hallo guck mal hier bin ich hier bin ich nein Junge Mädel guck mal ich geh da rum sag mal bist du irgendwie behindert Mädel ok die brennt kann das bitte das geht halt schon wieder nicht aus ne snare das for me gebt das feuer schon wieder nicht aus Da noch zurück hier kann ich nichts machen war ein spiel gerade nicht wir einigen uns jetzt darauf dass wir uns nicht darum jetzt ist es aus ein bisschen merkwürdig mit dem feuer wir sehen uns in der nächsten folge